zerstöre vier tanksäulen und das hört sich schwieriger an als es tatsächlich ist denn alles was er braucht ist irgendwie eine tankstelle ihr seht hier welche ich dafür gewählt habe ich zeige es euch ja gleich noch mal auf der minimap damit ihr genau den hotspot habt aber es ist so ich sag mal nördlich von rocky wheels und hier lande ich in diesem kleinen häuschen davor weil wir müssen ja irgendwie diese tanksäulen kaputt machen könnt ihr mit der spitzhacke machen aber ich glaube die eine oder andere waffe auf distanz ist vielleicht auch nicht schlecht vielleicht gibt es auch den einen oder anderen gegner der euch hier überrascht also insofern schnappt euch hier noch mal eine waffe jetzt bin ich direkt auf dem weg zur tankstelle die ist ja gegenüber dieser straßenseite hier zack und da seht ihr schon hier gibt es viele tanksäulen ich glaube insgesamt sind es sogar acht oder noch mehr oder zwölf da hinten sind ja auch noch welche und die brauchte einfach nur zerstören schießt auf die dinger die explodieren und dann explodieren auch weitere noch also ich meine seht selber ihr braucht eigentlich nur eine kaputt machen und dann explodiert hier komplett alles und die mission ist erledigt sollte das nicht zählen dann wartet noch mal ein bisschen es kann sein dass das er später accountet oder versucht noch mal bei einer anderen tankstelle aber die finde ich eigentlich perfekt dafür wenn es euch passt like und abo wäre nice schauen auf dem discord vorbei und ansonsten weiterhin viel spaß beim fortnight zocken macht's gut